...durch die Gegend eiern und auch was nicht abgeschossen wird. Hören die irgendwann aufhören, nicht zu ballern, die Blöden Flieger, die Jets? Eigentlich erst, wenn wir dann hier wieder durch sind. Scheiße, dann fliege ich jetzt besser doch noch nicht hin, oder wie? Naja, keine Ahnung. Naja, also bei dir läuft ja die Zeit auch, ne? Achso, ja, 4 Minuten, 4 Sekunden, ja. Genau, bis dahin musst du halt auf jeden Fall dann dort sein. Naja, gut, 3 Minuten. Ja, und ihr solltet bitte schön langsamer ins Gefängnis gehen. Wir sind ja schon drin. Ich hab ja einen Aufstand, hier war ein Aufstand. Soll ich euch was, irgendein Obst mitbringen? Ja, kann man hier im Gefängnis vielleicht handeln? Ja. Äh, in dem, wenn ich dann die Jets, dann muss ich immer nur ausreichen, oder sowas, oder? Das muss ich irgendwas besonders dann machen, oder? Einfach nur mal ausreichen. Das musste der Hannes vielleicht beantworten, der hat das schon häufiger gemacht. Ich habe ja nicht mal, ich habe überhaupt keine Waffe. Was denn, äh... Hä, willst du, lass den drüber jetzt weg? Ja, da hinten stehen halt noch welche. Der Michi hat sich immer die Waffe von denen da hinten geholt. Ja, für den Wärter ist es gut, für den Häftling ist es gut, wenn er über alle Toten drüberläuft und die Waffen einsammelt. Ja, hier sind keine Toten. Ja, ich muss den jetzt dann übrigens gleich töten, weil sonst tötet der mich. Ich hole die Waffe. Na, ich habe halt nur so eine... Irgendwo in Deckung erstmal, oder? Ne, wir können jetzt dann da hoch. Ich habe das nur hier, diese blöde Tanks. Oh ja, das sieht ja super aus. Ups, da ist der Knast, da fliege ich nicht drüber, oder? Na, super, okay. Jetzt habe ich die Jets ja mehr ab. Ich kann doch hier mit der Schrotflinde jetzt auch nicht so viel ausrichten, glaube ich, hier oben. Nee, also wenn wir der Schrotflinde kann ich hier oben jetzt noch nichts machen. Nee, nee, wir müssen da runter. Ja. Ah. Geh auf die Seite. Geh auf die Seite. Platz vor mir, da kann ich mich... What? Ja, stell auf, ich schiesse tot. Wenn ich hier den... Den Hubschrauber stehle, da muss ich erstmal die zwei Leute platt machen, oder? Warte mal schnell, ich schieße... Ah! 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 Was ist weg ihr? Kann ich meine Ausrüstung anziehen? Ah, jetzt habe ich auch eine bessere Knappe. Hast du mal ganz kurz auf, ich tue schnell eine Ausrüstung anziehen. Jo. Äh, das geht gar nicht. Doch. Habe ich gerade gemacht. Ah, okay. Ja, aber lass mich bitte vorlaufen, damit ich Munition einsammeln kann, weil ich... Ich habe ja nichts. Ja gut, aber... Ja, okay. Oh, die ganzen Typen am Hals. Also ich fick jetzt die einfach nur wilde schleifen, damit die mich nicht retten, oder? Du kannst einfach... Du kannst Looping machen hinter den Jet her. Sobald ihr hinter Jet bist, äh, musst du da nur aufpassen, dass er nicht langsam wird, du ihn überholst. Weil dann hast du geordnet. Dann schießt er nicht mehr auf dich. Okay. Oh, ich seh dich. Bist du hinten oder vorne? Ah, ihr mit euren Spielchen. Warte mal, ich lauf da nochmal kurz über die Typen hier. Wo müssen wir denn denn eigentlich hin? Ach, da kommt der, der ist, oder? Wir müssen zu dem Punkt. Ja. Oh, der hat schon ganz was abgekommen. Kann ich den Jet auch abschießen, leider? Nein, oder? Boah. Können wir denen einfach den Kopf schießen? Ja, wir sind keine Profis. Nein, du kannst den Jet nicht abschießen. Probier's bitte nicht. Aber das wär's jetzt gewesen. Kann ich den abschießen? Ja, ich weiß nicht, ob das nicht Ärger gibt. Ich habe die Freigabe, dich zu beschützen. Freigabe, du bist süßer. Aber ich sollte möglichst dann dich nicht treffen, oder? Das könnte passieren, ja. Boah, das sind ja ganz viele Punkte, hör mir auf, ey. Ja. Ja, du bleibst doch mal liegen, ihr Sacki, ey. Ist der irgendwann weg dieser Scheißjet? Gar nicht. Ist es wirklich klug, die ganze Zeit hinter diesem Jet hier zu fliegen, weil der fliegt ja, du musst nur aufpassen, wenn er dann weg von der Insel fliegt, ziemlich weit raus, irgendwann musst du mal abdrehen, weil da kommst du dann außerhalb des Bereichs, wie letztes Mal passiert. Okay. Warte mal, schnell Ausrüstung anziehen, wieder. Oh ja, jetzt will er anscheinend abhauen. Aber wie gesagt, du kannst ewig weit rausfliegen, also macht mir doch keinen Stress, wenn du nur ein bisschen Richtung raus abhaut. Nee. Jetzt wird er nicht abgehängt. Okay. Okay. Bist du, es ist doch wieder hinter mir. Hey, du hast doch den Jack abgeschossen. Ja, wer das wohl war? Das war dein Freund und Helfer. Hast du die Polizei schießen, Jack? Nee, oder? Nee, ich? Pfeifendeckel. Hacke, liegt los, du Scheißdinger! Wo ist er denn? So, ja, ich muss noch ein bisschen... ...Movition einsammeln. Jetzt ist er hinüber! Machs gut! Bist du sicher? Jetzt ist er unten, ja. Der Zweischuss. Aber da kommt ein neuer. Nee, da ist noch einer hinter mir. Ja, da kommt ein neuer. Also eigentlich bist du mal jeweils einer. Ja. Der ist halt dann so lange da, bis Martin abgeschlossen und dann kommt der nächste. Dann ist das ja sehr praktisch, die abgeschießen. Dann bringt das nicht so viel, leider. Ja. Kommen da welche raus? Keine Ahnung, wo dieser Punkt da ist auf der Seite. Ich glaube, der ist auf dem Dach. Ah, sehr schön. Hier oben. Oh. Was? 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 Oh. Was? Was? Achtung die Busse brennen, wir explodieren auch gleich Warte, warte ungefähr noch 20 Minuten, dann kannst du die Busse brennen Warte, warte ungefähr noch 20 Minuten, dann kannst du die Busse brennen Das war die Zeit, wo ich das letzte Mal rumgeflogen bin, ja Unglaublich Mit Wiebelchats hast du abgeschossen? Keinen einzigen, weil ich es geschafft hätte, indem wir hinterher zu fliegen stunden lang Ich musste keinen abschießen Ich mach keine Stunts Ich bin nämlich schon fast durch Jetzt ist einer Wo ist denn der Arsch? Er steht hinter den Dings Hast du den? Ja Oh oh So, wo kommen die? Oben auf dem Dach und durch die Atmen runter Ich sehe dich nicht mehr Ja Ich kenne mir so aus, als der Christi Jetzt zieht der Graf ein bisschen aufs Meer raus Es wird nicht zu weit heraus wie du Weil da haben wir das ja vorbekommen Ein bisschen kannst du aufs Meer raus, aber wie gesagt nicht allzu weit Mh Hey, wo kommt der? Was war da jetzt? Wo ist das? Hilfe, Hilfe! Macht langsam Wenn man das erste Mal da drin ist, ist es nicht ganz einfach Ja Können wir durch dich in deinen Hubschrauber Ich werde ein paar Starts und ein paar Landungen üben hier Ich werde ein paar Starts und ein paar Landungen üben hier Oh, da kommen noch mal welche Ui Ja, bessere Entdeckung Ah, Gef... Zurück in den Gefängnishof Schnell hier vor Schnell 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 Ne, das ist nicht richtig Oh, scheiße, wir müssen hier rein Ich bin getroffen, sorry Hm? Ne, wir müssen hier zu dem Typen Der Jet hat mich erwischt Ah, krass Scheiße Was jetzt? Der Jet hat mich abgeschossen Oh, fuck, wir waren schon... Eigentlich waren wir schon abgeschossen Mhm Oh, Leute Ah, waren wir gut Was könnte das denn passieren? Ne, wir waren super Schnell starten, Bild nach oben Bild nach oben Bild nach oben Bild nach oben Ach, ein Glück Aber wieder der Pilot Nass Ja Wie beim letzten Mal Ständig So, ich hab zum Glück noch ein Bier mitgebracht Ja, ich hab hier auch noch eins Ja Und das So Nicht so wie hier gelandet Ja, du bist näher am Flughafen Genau, wir sehen uns auch schon beim Bus Ich hab hier ganz sicher gefahren Ich hoffe, ich sag mal ein Auto da Ach, den Parkplatz kenn ich Da hab ich schon mal Autos plattgewirft So, und jetzt müsst ihr in mein Rathaus Mein Rathaus ist Level 9 Oh, ist gezeichnet Oh, ist gezeichnet Hinten Hinten Hinter dem zu bleiben Ja, das blödeste ist der Chat Und das verstehe ich ja nicht Ist ja total langsam Musst du echt aufpassen, dass du den nicht Du kannst eins machen Du kannst wirklich auf die S-Taste Dann hört der Motor auf Und du segelst Dann ist das schneller Du musst halt das irgendwann wieder starten Hast du dich jetzt abgeschossen Oder bist du abgestoßen? Ja, hab ich diesmal abgeschossen, leider Er hätte in eine steilere Kurve fliegen müssen